ich habe gekriegt ich habe kassiert herrlich geht es ja schon gut los würde ich sagen ja alles willkommen schön dass du eingeschaltet hast so eine entspannte CSG S2 die Multiple auf der Map of the Perks 2.0 ja mit dem Krüchen so jetzt ich werde wieder Abfallbeseitigungsmädchen ich fand den Job geil dafür muss ich auch nur Kraft haben was hast du auch einfach ein bisschen rum ne 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 ich brauche die Kohle willst du wie sollen wir ausbrechen sollen wir uns irgendwie im Weg ausbuddeln ich bin mir noch nicht sicher vielleicht als Kopf rausmaschinen oder so das wäre natürlich auch richtig Töfter ne aber dafür bräuchte ich meine Waffe und müsste den Sheriff mal umkloppen ich gehe schon mal ein bisschen looten vor allem weil ich selber nicht mal was ich habe ja damit kann ich schon mal arbeiten la 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 ich hab gar nicht jo hauptsache ich hab die Pfeile in der Hand ey genauer der Klopapier ist glaube ich nicht so ich kriege gleich Save auf die Schnauze ich kann nicht mehr tragen ich bin komplett voll ja wo das ist nicht mein ach wir haben ich bin so weit weg von deiner Zelle hab ich gerade meine Zelle gelootet ey ich bin da auch ein richtiger Spaß ne ja oh echt jetzt ja was kann ich denn überhaupt jetzt richtiger Profiwieg merkbar ja was brauche ich denn ja auch ich will eigentlich äh ich glaube ich will eine Schaufel haben ja gut die Schaufel habe ich jetzt schau mal ja guck mal wenn wir hier schnell rausgehen rauskommen aus der Hütte ich komme als schwerer im Knast das nächstes versuchen das wäre mal richtig hart das wäre richtig stark ich versuche intelligent zu werden ich gehe als Brain raus ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist bei dir ich gebe alles ich versuche es mal ja ich gehe als übelste Brain raus wie war das ich bin nicht die hellste Kerze auf dem Cupcake ok also ich will pro Lernen will ich immer um 10 Fortschritt machen jetzt habe ich 45 oh nein 47 komm 48 oh nein 49 50 ja jetzt wird hier komplett auf dem Brand hin ja jetzt wird hier komplett auf dem Brand hin easy 52 das heißt ja ich mache mir erstmal nur eine Schaufel und eine Waffe werde ich noch machen aber weil ich es kann macht vielleicht Sinn wenn ich Klopapier mitnehme falls ich Kackchen muss alles klar ich muss mich bewaffnen glaube ich wieso weil ich die ganze Zeit auf die Fresse kriege ja was machst du denn ich habe keine Energie das ist auch nett ich muss gerade Kavi die ganze Hand zu ja ich bin doch schon kaputt ich darf jetzt nicht aufs Maul kriegen echt jetzt ich bin zu spät ich kriege nichts mehr zu essen oh ich bin zu spät ich kriege nichts mehr zu essen jetzt ist Arbeitszeit ich bin schon komplett verdächtig die Kaffee schaufe das ist mir noch für die Schaufel ja ich brauche noch 2 Rollen Klebeband und ein bisschen Intelligenz aber ich brauche noch 2 Rollen Klebeband ich bin mal eben am amt ja ich sitze auch schon da hallo ich habe nur mal wenn es gleich sport ist dann gehe ich mal eben meinen krassen körper durch trainieren zehn groschen für's rumharzen das brauchte ich jetzt hier noch mal für den abfallbeseitiger die intelligenz habe ich schon das ist schon mal easy jungen 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 oh krempan krempan außer holz noch nicht mehr soll ich mal für dich mitnehmen schon mal ein bisschen was parken ich weiß noch nicht okay ich gehe jetzt mal zum sport meine reise hinführt ehrlich gesagt bewegt sich das ist auch schon am sport machen ich bin aber außer ein bisschen müde ich weiß nicht was du die ganze zeit machst ich habe mich die ganze zeit geprügelt das ist aber frech ich versuche jetzt morgen soweit zu sein dass ich abfallmensch machen kann den job finde ich gut einmal noch kann auch duschen versuche mich hier durch boxen in der freizeit versuche ich dann gleich noch mal mich zu tüchen wo ich war eigentlich auch in der freizeit intelligent das hilft zwar nicht viel ja ich bin komplett op ja junge würdest du wieder mit mir duschen war ich denke schon ich denke doch jetzt bin ich sauber jetzt rieche ich auch nicht mal unter den armen da brauche ich noch irgendwas ja klebeband brauche ich mal langsam ich kann jetzt schlechte die kloppen sie schon auf dem gang da haben wir jetzt gleich freizeit na ich bin jetzt gelandet ist jetzt mal abend so fertig habe ich aber noch nie gewesen aber wir haben erst nicht mit fertig die zwei haben sich mal gegenseitig so auf die mütze gekloppt das geht junge ich finde kein klebeband das ist belastend das riecht belastend das ist ein bisschen weiter da war was ich brauchen konnte da war was ich brauchen konnte Klebstoff kann ich ein bisschen dran schiefen da kann ich ein bisschen dran schiefen dumm 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 oh nein echt jetzt ich dachte ich dachte ich dachte ja echt jetzt ist mein ganzes momental oder was ich habe gerade klebeband gefunden ist es weg wenn ich mich erwischt habe wie ich gerade so ein spinnen ausgeraubt habe ja dann mache ich mich mal jetzt ein bisschen intelligenter das klebeband ich brauche das welche zelle noch packen habe ich jetzt auch was geht's lesen ich weiß es traut mir eigentlich nicht zu mache ich aber ich bin kultiviert bin kultivierter gefangener ich bin schon bei 60 70 mehr brauche ich ja nicht was bist du bei 60 intelligent 64 66 ja bei 66 easy versuch jetzt was machst du und wo bist du ich sehe du bist irgendwo bist du schon irgendwo reingeklettert digga ich füge mich gerade im finesse da und verlier ach hau dir mal eine waffe kaffee raus da yo ey ich werde immer erwischt wenn ich irgendwie in den zählen rumoxidier ne ja ich habe noch gar nicht angefangen irgendwo irgendwas zu looten ja ich brauche mir jetzt gleich erstmal eine knüppel die sache mit dem polizisten war eine gute idee als polizist hier rausmarschieren das haben wir stressig glaube ich ja wir müssen einfach nur 2 2 schiffes umkloppen mit einer waffe ähm so einfach ist das eigentlich glaube ich wir versuchen es das schlimmste was passieren kann ist äh die ziehen uns eine waffe die ziehen uns die waffe ab aber wenn wir den zu zweit wieder strecken wenn wir ja einen direkt von hinten umkloppen oder schwer oder direkt verletzen dann sollte es ja klappen Klamotten abziehen 5 3 7 19 20 21 22 Oh, ich werde gleich schon wieder vermöbelt, ey. Was denkst du denn da rein? Ich habe eine Quest absolviert. Du bist ein Typ. Jetzt soll ich noch zum Appell und werde hier mit... Ich werde hier voll gejagt, leider. Jetzt muss ich noch ein bisschen rauszögern. Das ist doch, Digga. Kann ich mitbekommen. Ich darf jetzt nicht auf die Schnauze kriegen. Wie ich gesagt habe, ich kriege sowieso auf die Schnauze. Was machst du die ganze Zeit, dass du kassierst? Digga. Ja. Bombi und Primlei sind dran mit Zellendurchsuchung. Wer? Bobby und Primlei. Oben links steht das bei mir im Chatfenster. Ich bin jetzt in meiner... So... Verstecken. Ich brauche Klebeband, alter. Guck mal, was ich mit Spend habe, ey. Ich habe da noch gar nicht reingeguckt. Holz steht hier bei mir als rot. Ist doch verboten, oder nicht? Ja, stimmt. Ich habe so viel Holz, alter. Ja, das haben die bei mir, aber... Da haben die beim letzten Mal... Wie durfte ich das auch irgendwie behalten? Ja, ich kann mich in die Kiste. Dann hast du schon wieder alles geklaut. Also ich kann mich an...